Bleib weiter unten mit dem Oberkörper. Ja, streck das Bein, aber drück es auch nach vor. Das kann ein bisschen weiter runter, weil du hast es vom Unterbauch in Kontrolle. Wechsel. Streck das Bein nach oben. Ja, wechsel. Streck das Bein. Ja, schau, dass der Oberkörper da hinten unten bleibt. Ja, roll die Schultern, Sabine, auf den Rücken. Bravo. Visiere vorne einen Punkt an, wo immer die Zehe zum selben Punkt geht. Ja, dass du da nicht wach bist. Das bleibt dort bei dem Punkt. Bleib da bei dem Punkt. Bleib bei dem Punkt. Super. Beugen die Knie, fass an den Bärl, schaukel hoch, kurzes Durchatmen. Atme, atme, atme. Gut. Wenn du da jetzt rauf gehst, mach gleich Schambein Richtung Schirr. Genau. Und roll kontrolliert ab, während du dich zurecht rückst. Double Straight Leg Stretch. Hände, Handteile über Handteile ans Hinterhaupt. Ja, richtig. Beine Beine gehen vertikal nach oben. Da musst du ein bisschen die Knie beugen, dass die schön drin sind, die Oberkörper. Ja, ja, ja. Und jetzt senke die Beine und pass auf, was du mit dem Becken machst. Und dann hebe sie. Senke sie auf 1, 2, 3, Lift auf 1. Genau. Versuche die Beine vor, aber nicht das Becken loszulassen. Die Beine gehen vor, das Becken bleibt bei dir. Die Beine gehen her, das Becken geht vor. Das heißt, Beine zu dir, heißt Sitzbeinknochen raus. Du mehr die Sitzbeinknochen raus, wenn du erhebst, die Beine. Du streckst raus den Hintern, streck ihn raus, streck ihn raus den Hintern, mehr. Hintern raus. Warte. Genau, ich will dich nicht angreifen, wir sind fast runter. Jetzt schau, dass die Beine rauf kommen, Hintern raus. Ja, beug die Knie, schaukel hoch. Das war super. Das war super. Ja, dass der Oberschenknochen gut in der Hüftpfanne kleiden kann. Sehr schön. Die Lieblingsübung von der Sabine ist Criss Cross. Das ist meine Hassübung. Du rollst ganz weit vor, sehr gut. Hände, Handteil über Handteil ans Hinterhaupt. Wir probieren.